so wie leute er ist willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja wir sind jetzt gerade hier in meinem zimmer meine cousine und meine schwester die haben mich gerade gefragt ob sie ein toast für mich machen wollen ja er soll weil ich bin ein bisschen krank und so und sie machen sich jetzt 1 ob sie mir eins mit machen es kommt eigentlich nie vor leute und ja schon so ein bisschen gegrinst ich werde mit euch leute die wollen mich irgendwie pranken und tun da irgendwas scharfes mit rein jetzt schauen wir gleich mal was sie vorhaben und vielleicht erwischen sie ja bei dem prank und stören sie 100 brote haben auch kameras aufgestellt oder so ich werde mit euch dann würde ich sagen sehen wir uns das gleiche wieder habt ihr irgendwas in das scheiße denn gibt es zu sagt sie sind die kamera wo denn rein ist so wie ihr gekippt hat bei der kamera leute ihr habt euch sagt ihr wollt mich verarschen dass irgendeine scheiße drin zu glück ist außendran nichts gewesen da war es gibt dazu gibt es zu mann kipps zu ich kann auch nein weiß rein was soll das sein mann wir haben doch auch einige gegessen drüben probierst du das nicht ist mir ganz normal warum ist denn da kamer karten liegen nix von vorher ich habe die tür hier aufgelassen da wo ich sie zugegeben ja wo ich sie zugegeben habe ja ich habe auch gegessen es ist nix wie toll bist du eigentlich warum lögst du noch auf sie nimmt einfach noch auf ich bin auf whatsapp du schlau meier es geht doch voll komisch man es ist ganz normal wenn sie es geht dann hält sie durch weißt du gar nicht mal besser nein okay voll komisch ja jeder darf mal aufbeißen oder was voll 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 weißt voll gar nicht mann auch mal morgens doch bin ich bescheuert oder so ja irgendwie wo wir verarschen da ist nix da ist nix da ist nix und das wenn ich krank bin das wolltest du mich verarschen hallo wir haben doch auch gegessen wenn wir als ob wir dann essen wenn wir was selber ekliges drauschen ja vielleicht habt ihr es ja schon hier hinten ist irgendwas drauf als ob wir auf einer Ecke da was drauf geben oder wolltest du mich verarschen genau weil wir denken bei jeder Ecke einmal ab oder ja ich hab schon warum filmst du denn noch ich film nicht leute leute schaut sie an sie filmt nicht ist da die vermachtung Junge das schmeckt scheiße man die schmeißt weg schmeckt ganz normal denkst du essen das wenn dir irgendeinen scheißler drauschen oder ja 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 da ja 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 Wir haben doch schon eingegessen. Es ist ganz. Wir haben doch schon eingegessen. Warum hat sie dann auch so geküchert drüber? Wir haben das angeschaut. Wir haben uns Fail-Videos angeschaut. Wollt ihr euch auch Fail-Videos anschaut? Ja, schau. Ja, das haben wir angeschaut. Die sind ein völliger Fail. Leute, da lag das Handy. Wir haben da nichts gemacht. 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 Vorher wollten sie mich auch schon verarschen. Ich kann ja auch gleich mal einblenden. Wir schauen, wie das aussieht. Ne, 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 ne. Boah! Scheiße, Mann. Wir hätten doch irgendwie ein Gesicht bezogen, wenn da irgendwas eklig gewesen wäre. Ja. Sag es jetzt mal. Mein Gott, du wirst schon alles. Jetzt war wieder ausgespuckt. Das war halt jetzt das Video. Ich kann den Maul abbeißen. Ja? Ja, beiß. Jetzt beiß ganz, beiß hier so das Stück ab. Ich bin abbeißen. Mein Gott. Was geht in der Mitte ab? Du wirst mich verarschen. Ich wirst mir was rausgehen, dann sind wir noch am Rand drauf. Ja. Ja, genau. Was heute so. Okay, ich beiß da jetzt ab. Und dafür hörst du auf zu filmen. Ja. War ja klar. Ja. Du musst nur abbeißen. Warum filmst du das? Was? Leute. Was? Du verstehst den Fact eigentlich auch nicht, gell? Du musst andersrum denken. Wir haben da nichts drauf. Sie lacht sogar. Wir haben in der Küche gelacht, dass du denkst, wir tun da irgendwas drauf. Und jetzt denkst du, dass da irgendwas drauf ist. Aber dabei haben wir gar nicht getraubt getan. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich denkt sie soweit. Du denkst dem Frank echt nicht. Du hast dich gar nicht mal von was sie redet. Ich hab nur noch geschafft, wer sich da verraubt hat. Ja. Ja, das stimmt. Ich weiß noch. Oh mein Gott, das ist gar ein stinknormales Toast. Ein Toast. Es stinkt doch nicht. Es stinkt doch nicht. Es ist richtig Toast. Ich glaub das schon. Wo ist richtig Toast. Wo ist dann der Prank, Mann? Wo ist der Prank? Ja, das ist ja der Prank, dass du es dann nicht isch. Alter, der Prank ist wirklich richtig witzig, Mann. Da ist es einfach. Mein Gott, iss doch. Es ist nichts dran. Butter, Marmelade. Soast, Butter, Marmelade. Da ist keine Butter drauf. Oh, Butter. Was ist dann das Weiße? Was ist das Weiße, Daniel? Was soll es sonst sein? Bist du dumm? Wir essen's doch auch. Wieso? Schmeckt's nicht. Ist wohl scharf. Ja, ist dein Ernst. Jawoll, scharf, oder? Ja und? Bist du unten dran was? Genau. Das wär dann auch nicht am Keller oder so. Filmstimmen oder was? Ja. Das schmeckt so nach Knoblauch, Alter. Ihr schreit da bestimmt Knoblauch drauf, oder? Ja. Bist du bescheuert oder so? Ich weiß nicht mal, wie Knoblauch schmeckt. Was? Da wird dann so schreitend drauf sein. Knoblauch ist doch nicht. Ja, Knoblauch ziehen. Ja, ich weiß nicht. Was ist an dem Toast? An dem Toast ist einfach nur Butter und Marmelade? Da ist Leberwurst. Da ist Leberwurst. Da ist Leberwurst. Da ist Leberwurst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist voll ähnlich. Ich hab meine Toastlich. Hey, die Leberwurst, ach man geht nicht raus. Ich denke mir das ganze Zeit einfach. Wir sehen wie vom Vater. Wir sehen wie vom Vater. Boah. so leute jetzt weiß ich auch was da drauf war dann zeig es mir her wie ihr es gemacht ich dachte mir schon was sind da für ein stückchen alter ist doch ist doch hier wie ist das scheiß ja die drohne doch bei meinem stück war es einmal ganz gut Und jetzt? Jetzt kommt die Drohne drauf. Ja, eigentlich schon. Leute, ich wusste, da ist was drauf. Wir machen irgendwas, aber ich habe es irgendwie trotzdem gegessen. Ich dachte einfach, ja, das schmeckt so komisch, weil ich krank bin. Und so komischen Geschmack im Mund habe. So, Leute, dann war es das mit dem Video jetzt hier wieder mal. Danke an euch, dass ihr mitgemacht habt. Und da sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und ciao.